Jojo, was geht ab? Dreck, ja. Historischer Moment. 30% machen. 30% filmen. Historischer Moment. 30% anschauen. Zweiter Mensch. Von Osmos. 10% wichsen. Geht nach Kolumb. Dritter Mensch von Osmos. Gleich spielen. Hier steht mein Fahrrad. Guck mal, Sarah, du bist da im YouTube. Danke ist halt ein Faulname, da wo ich herkomme. Ja, gerne. Du musst schon weiter noch auf... Du musst drücken, damit es sich dreht. Und jetzt wieder drücken. Ich hab 8 Euro gewonnen. Das ist was Tolles. So, wenn ich jetzt Glück hab, dann gewinn ich was. Ja. P.O.V. You're watching Halloween 2. Alter, eine Osmo, Digga? Hast du eine Osmo gekauft? Ja! Oh mein Gott, Digga, stark. Was ist das? Panonality. Ja, die streamed live, Digga. Die streamed live. Geil, Digga. Sehr wichtig. Auf der Suche nach einem Chip. Auf der Suche nach einem Chip. Sehr wichtig. Was sagt man kann und wird? Oh, YouTube. Ist das YouTube live streamed? Ja. Und was kann das... Digga, was bringt das hier? Digga, mach nicht kaputt, Digga. Ey, hier sind ja sogar Pommenbären, Digga. Von wem sind diese Pommenbären? Von dir? Die sind Pommenbären. Die sind Pommenbären. Machst du das! Das ist die intelligenteste Kamera der Welt. Das gleichste Gimbal der Welt. Erstmal, die gleicht jeden Ruckler aus mit einer Gegenbewegung. Das heißt, jede Kamerabewegung ist immer so, als würdest du mit Gimbal filmen. Alter, was? Und guck mal, was die kann alles so. So zum Beispiel. So ein Gimbal. So ein Gimbal. Beispielsweise, ne? Schon, allein das finde ich schon übelst krass. Digga, wenn du Kamera wechselst und währenddessen machst das auch geil. Dann fährt dir immer so... Gut. Du musst entdecken die Magie, der ist. Du kannst sogar Gesichter verfolgen und so. Du kannst sie hinstellen, dann machst du Gesichterverfolge und dann dreht sie sich mit dir mit und so. Wenn du die auf den Boden stellst, auf Stativ. Das ist sehr krass. Was ist noch so? Philatissimus? Okay krass. Auf jeden Fall. Ich schläft. Hör doch mal an, du! Oh, Alter. Es ist jetzt 12.30 Uhr. Und gleich fliehen wir noch nicht so. Oh mein Gott. Das war echt so harte Nacht. Das war für mich... Ui, wie schön. Das war echt gut. Das war richtig. Und dann, du bist. Du bist.